ARD Text im Auftrag von Funk Jetzt, äh, du, 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 ich brauch noch mal Holz Was hast du vor? Ich will eine Kiste bauen Okay Ja, das soll richtig aussehen wie so eine scheiß Fakebase, man, lass mich jetzt Du bist so ein Künstler, ne? Ausnutzen, solange noch keiner auf dem Server ist Das macht ja auch so einen Unterschied Die beobachten ja uns auch, wenn die drauf sind, ne? Ich hab das Gefühl, ich darf mein Mikrofon nachher schön laut machen, weil das so leise ist Na, ist schon behindert ein Mikro Hier, Alex, rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir, du bist la... Rechts von dir, weiter, weiter, weiter Ich hab ne Höhle gefunden und da würde ich gerne rein Können wir machen Nein, nicht hier YOLO Oh, der, ich guck schon Du Wichser Als ob ich das machen würde, man Es scheint aber schon alles abgebaut zu sein, ich sehe zumindest Oh, pass auf, Alex, Hexe Das war so, wie du fast geweint hast, weil du fast gestorben wärst wegen so nem Ding Nee, ich hab nicht geweint Ah, ich weiß was sagen, Schatz Alex, guck mal, Sugar Kings Aber im Überfluss, Digi Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo wir sind Da hast du ein Skelett, lass mal hier runter Lass mal einfach da reingehen Okay, raus Du willst da nicht rein Du willst da nicht rein Ich hör dich doch grinsen, du willst da definitiv nicht rein Ich will da rein Das war G-Sat, Alter Kannst du mal das Eisen hier abbauen? Ja, ich hab nur noch ne Kackspitze Jetzt dauert's ein bisschen mit abbauen Alter, verpiss dich Okay, lass mal hier wieder hoch und dann weiter Richtung Wasser gehen Und dann langsam wieder zurück Ja, jetzt kommt deine Lieblingstaktik Gutes Ja, ich hab keine Blöcke Die hab ich vor allem in unsere schöne Fake-Kiste gepackt Du hast echt den Darwin Award verdient Ja, Digga, wir müssen die Leute ablenken von unserem Geht ihr mich doch bei Dom das Video schon gesehen Jetzt denken alle wieder, du hast wirklich geguckt Ja, geh weg Ja, ich seh sie schon Die hat's schon geworfen Die Bitschele Ich könnte wetten Guck mal, hier sind auf jeden Fall Creeper hochgegangen Das heißt, hier sind auf jeden Fall Spieler langgegangen Und ich könnte mit dir wetten Alter, wir sind 32 Spieler, was erwartest du? Ey, warte mal, da sind Fackeln Ich wette mit dir in diese Höhle sind auch Spieler gegangen Wollen wir runter? Ich weiß nicht, ob wir noch genug Zeit haben Äh, 4 Minuten? Nein, lass uns das nächste Mal machen Ach, der Server geht hier nicht um 22 Uhr aus Ja, wenn er nicht ausgeht, dann können wir ja weiter machen Und hier schon Feld Aha, okay Digga, hier waren safe Leute Also die sind immer noch hier Guck mal, das ist dann noch begangen Entschuldigung Ja, lass es runterkommen Wenn das nicht bepflanzt ist, dann wird Wie geht das ja weg nach einer Weile Wie kommen wir da runter? Ich kann nicht WaterMLG machen Nee, kannst du nicht? Ah, hier Hier, hier, hier Eingang Haben die sich hier runter gebaut? Ja Alter, jetzt geht's los Jetzt geht gleich so der Server aus Und wir sind so mitten in der Base So, äh Shit Äh Okay, hier ist ne Craftingbox Dann loggen wir so ein Und die stehen neben uns Kann ich vorlaufen? Ich hab irgendwie Angst, wenn du vorlaufen wolltest Okay Hier ist noch ne Craftingbox Da unten sind Skelette Hier muss irgendwo noch was sein Der Hund, die sitzt hier Im Prinzip müssen wir eigentlich nur ein Licht hinterher Ich mein, dass da hinten ist Lava Ich weiß aber Ah, wie viele Skelette sind denn hier? Hier ist gar nichts abgebaut Hier ist noch überall Eisen Ja gut, vielleicht hat auch jemand erst hier angefangen, weißt Ist gleich so Lava Hups, ich hab den Hund geschlagen Es tut mir leid Alter, der guckt mich an Ja, Hundeblick, ne? Ne, aggressiv So, was? Durchsuchst du die Base? Was? Meine Mutter Also wir müssen doch irgendwas finden hier Es kann doch nicht sein, dass die abgehauen sind Naja, aber überleg mal Guck mal, am Anfang In der ersten Folge oder zweiten oder so Wir hatten ja auch noch nicht wirklich was Und wenn das jetzt Ah, wirklich Oh Gott, Gott sei Dank bin ich im Wasser gelandet Äh, wenn das jetzt wirklich Die Base von Story und so sein sollte Wie gesagt, die haben ja wirklich gestern erst angefangen Weißt du, ich mein? Ja So, Skelett, Hupensohn, tschüss Das kann halt schon sein, dass das so nur die anfängliche Base von denen ist Dafür haben die, äh, eigentlich schon das Feld zu groß gehabt und alles Aber das Ding ist, die ist halt nicht ausgeleuchtet, ne? Ja, das war halt oberflächlich, die haben halt schnell versucht irgendwie, äh, äh, Weizen zu farmen Ich mein, das war ja auch so das Erste, was wir gemacht haben Wenn ihr ein Hundi sitzt, dann haben die auf jeden Fall schon Skelette mitgenommen Die müssen sich auf jeden Fall was dabei gedacht haben Und das ist nach 10 und deshalb was noch an Ich glaub, wir kriegen Ärger, wenn wir länger als 10 drauf bleiben Nicht drüber laufen Gehen die Dinger weg Ne, tun sie nicht, nur wenn du springst Okay, dann, der will Minecraft-Videos machen, ey Wie gesagt, ab morgen nehmen wir alle wieder auf Und, äh, ja, dann sollten wir vielleicht nicht so offen hier rumrennen Also ich glaub, es wär sogar am intelligentesten, wenn wir immer so die letzten drei Tage aufnehmen würden Nimm mal die, äh, die Schweine mit Ja, bist doch auch irgendwie behindert, dann hast du ja überhaupt keine Action, so weißt Erstmal Mann, das liegt einfach nur daran, dass wir so behind sind Wenn wir erst irgendwie beide ein Dia-Schwert haben oder so, dann sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter Ja, ein Dia können wir uns ja schon mal holen, ne? Das bringt uns nichts, ich würd erst mal eine Dia-Spitzhacke machen Dann Obsidian verzaubern Mhm Obwohl wir, doch Können wir das auch anfragen? Können wir mal in die Mitte laufen? Was? Würde gern demnächst mal ausprobieren, wie wir das, oh wir sind schon dran vorbei Wie wir das hinkriegen, ob's da auch, ähm, Lapis Lazuli hier, wie das heißt Ob wir das kriegen für den Verzauberungsstisch Ne, das findest du so Okay Lapis findest du so beim Farmen Deswegen sollten wir vielleicht mal wirklich, äh, nach unten gehen und wirklich farmen Ja, dann brauchen wir aber eine vernünftige Höhle, ne? Dann, ähm, hier komm, ich komm in die Base jetzt Ich hab noch ein Skelett geholt Hier Alex, da liegt ein Bogen für dich Falls du noch Bögen hast, kannst du den ja reparieren EP Weg damit Ich würd nicht die ganzen, ich würd die Seeds da rausnehmen Also auf jeden Fall, äh, kommen wir doch noch ganz gut hinterher Hast du Eisen? Wenn ja, schmeißt das bitte ein, danke Ach, ja, hab ich, wo denn? Hab ich's reingepackt, irgendwo? Irgendwo Perfekt 22 Eisen, reicht auf jeden Fall erstmal für ein bisschen neue Rüstung und Eisenschwerter Ähm, wir müssen auf jeden Fall nächstes Mal nochmal in die Höhle, würd ich sagen Bistensweise erstmal in die Mitte und gucken, was der Golem uns so verkauft Mhm Ist aber closed Perfekt, alter Okay Passt, 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 passt Ich sag dann mal, danke fürs Zuschauen, äh, schaltet das nächste Mal wieder ein Wenn es heißt, ähm, neuen Leid, Gewinne, für einen Anruf Ihr wisst ja, wenn's euch gefallen hat, zeigt's mit einer positiven Bewertung, schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei Bitte spoilert aber nicht, ähm, denn das wird gekonnt, ignoriert In dem Sinne verabschiede ich mich, bis zur nächsten Folge, haut rein Oh, ich hasse YouTube Oh, hab ich noch eine Aufnahme? Oh, ich hasse YouTube Oh, ich habe einen Kader der Kopf, hoff aeren Sieg, das wird gefordert